Heyo Leute, Crymex hier, was geht, David Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP, Leute, wir sind heute mal wieder hier bei iCrymex Security unterwegs, Leute, aber Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit sieht es gar nicht so gut bei uns aus, Freunde, lasst mal ein Like und ein Abo da, aber ihr habt euch ja vielleicht schon denken können, in letzter Zeit waren weniger Aufträge hier bei unserer Security Firma, wir können ja mal kurz oben ins Büro gehen, aber schon länger keine Aufträge mehr gehabt, Leute, also ich sag ehrlich, in letzter Zeit haben wir echt leider nicht so viel Geld verdient, ich meine, wir haben ja Leute wie Ronaldo, Messi und so weiter beschützt, aber irgendwie zur Zeit, ich weiß auch nicht, in der Stadt ist es wohl nicht unsicher genug, Freunde, irgendwie braucht keiner mehr Schutz und keiner will mehr viel Geld zahlen und wir haben hier diesen riesen Bunker gekauft, Leute, der kostet natürlich Geld und da halt alles, Freunde, also zur Zeit läuft es wirklich nicht so gut, ich hoffe, dass demnächst mal wieder mehr Aufträge reinkommen, sodass wir hier wieder mehr Geld verdienen. Leute, was sind das dafür, was sind das dafür, Leute, äh, äh, ah, Leute, vielleicht sind das reiche Kunden, ähm, ja, herzlich willkommen bei iCrimexSecurity, sie brauchen Schutz, oh Leute, guck mal, die fahren Lamborghini Urus, die haben bestimmt voll viel Geld, heute können wieder Geld verdienen. So, meine Bar, eine zweite Ektage, gibt's auch noch, all right. Ah, hallo, hallo, die Herren, warten Sie kurz hier. So, wir müssen ganz kurz nach Auburn gehören, lassen Sie uns kurz nach Auburn gehören. Hä, Leute, warum müssen die nach oben, weil ich, ich verstehe das nicht, hä, da, ich dachte, das wären Kunden jetzt hier und wir können mal wieder Geld verdienen. Oh, warte mal, wir gehen mal hinterher, Leute. Äh, jo, hallo, äh, die Herren, Entschuldigung, ja, sie sind hier schon genau richtig. 40 Quadratmeter, äh, sind Sie der Besitzer von hier? Genau, herzlich willkommen bei iCrimexSecurity, iCrimex höchstpersönlich spricht mit Ihnen, Sie brauchen Schutz, kein Problem. Na, ich brauche keinen Schutz, ich brauche endlich das Geld, was Sie nicht bezahlt haben. Okay, 50 Quadratmeter haben wir hier, das kann man auch gut finden. Warte mal, warte mal, ich glaube, das sind gar keine Kunden, das hört sich ja gerade gar nicht gut für uns an. So, entschuldigen Sie bitte, äh, Sie müssen ganz kurz hier draußen warten, so lange nicht die Abbrechen machen. Wie, wie, wie draußen warten, äh, ich verstehe das gerade nicht. Das packen schon, das passen schon. Hab ich hier noch einen Keller? Ne, 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 das ist alles hier, das ist alles. Na gut, ähm, ich habe einen Veränderungsbrief, ja, vom Staat Los Santos. Einen Veränderungsbrief? Ja, also, Sie haben einmal hier Mietrücklagen, die fehlen, äh, Steuern, die noch gezahlt werden, die eigentlich gezahlt wurden. Sie haben seit vier Monaten Mahnung bekommen. Oh, oh, Leute, oh mein Gott. Ähm, deswegen, äh, das hier alles wird einmal gefendet, ja. Was? Bitten wir Sie, äh, alles zu stehen und liegen zu lassen, Sie müssen jetzt zu Fuß hier rausgehen. Äh, äh, wie, zu Fuß? Ey, aber der, der LKW, der läuft nicht über die Firma, der gehört mir privat, Junge. Ja, tut mir leid, leider, äh, muss der auch hierbleiben, bis das geklärt wird, ob der ihm privat gehört oder nicht. Alter, was soll das denn jetzt hier, da muss ich, muss ich jetzt zu Fuß hier weggehen, oder was? Ja, rufen Sie sich ein Taxi. Ja, rufen Sie sich ein Taxi oder so, aber hier wird erstmal alles zugemacht. Leute, äh, ja, okay. Ja, Räumungsfilmer kann kommen, wir machen alles leer jetzt hier, ja, richtig. Ey, Freunde, wir werden ja einfach gerade aus iCrimic Security rausgeworfen. Uns wurde unser Bunker weggenommen, weil wir einfach zu wenig Geld verdient haben in letzter Zeit. Wir konnten uns die Miete und sowas alles nicht leisten. Oh, Mann, ey, Freunde, das ist gar nicht gut. Warte, ganz ehrlich, Leute, ich hab keinen Bock zu laufen. Ich werd den Typen jetzt hier einfach kurz umknüppeln. Bamm, Junge, zur Seite, geh schlafen. So, ich klau mir jetzt hier kurz den Lambo und werd abhauen, Freunde. Ey, ich werd doch jetzt hier nicht, äh, zu Fuß laufen. Hallo, Taxi, brauche jemand ein Taxi? Oh, äh, warte mal, oh, da ist wirklich auch ein Taxi. Äh, ich brauch eins. Gut, Leute, wir klauen doch nicht den Lambo, äh, na gut. Ähm, ja, einfach... Wurden Sie gleich gefendet? Äh, 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 Franzi, bitte schnell, ich geb Ihnen extra Trinkgeld. Oh, 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 mein Gott, oh, Leute, die sind richtig sauer auf uns. Ey, Leute, das ist gar nicht gut. Sie fragen sich doch ein bisschen, warum ich da war, oder? Äh, ja, warum waren Sie da? Das ist wirklich eine gute Frage. Ja, ich, äh, ich, äh, kenne diese, diese, hier, Zwangsvollstrecker. Ich fahr mal hin, weil die meistens alles wegklauen, dann biete ich Taxi an. Ah, das ist sehr schlau von Ihnen, ja. Ey, Leute, das ist gar nicht gut. Wir wurden einfach gerade einfach gepfandet. Unser ganzes I-Crime-Security-Büro, selbst unser LKW wurde uns weggenommen. Wir haben nichts mehr, Freunde. Wir müssen unbedingt wieder zu Geld kommen, um unsere Schulden zu zahlen, Leute. Das ist wirklich gar nicht gut. Aber ich hab natürlich mir auch schon Gedanken gemacht, Leute. Ich wär natürlich nicht I-Crime-Ex, wenn ich jetzt hier nicht noch einen Plan hätte. Ich hab natürlich schon gemerkt, dass die letzten Wochen und Monate nicht so viele Aufträge reinkamen. Und deswegen hab ich mich schon um etwas gekümmert. Taxifahrer, fahren Sie jetzt bitte einmal genau zu dieser Location, die ich Ihnen markiere, ja? Ja, kein Problem. Da ist markiert, Freunde. Und jetzt passt mal auf. Das wollte ich euch sowieso noch sagen. Aber ich dachte, das halte ich mir mal besser für eine Überraschung auf. Und der Moment ist jetzt gekommen. Also jetzt gut aufgepasst. Dranbleiben, Freunde. Liken und abonnieren. Und jetzt werde ich euch unser neues Business zeigen, Leute. Jetzt wird wieder richtig Geld verdient. Let's go. Oh mein Gott, Leute. Wir sind da. Schaut euch das hier mal bitte an. Oh mein Gott. Ja, danke fürs Fahren. Hier ist ein bisschen Trinkgeld noch, ja. Ja, danke schön. Okay, tschüss. Ich wünsche, dass ihr wieder alles, obwohl ihr mal kommt. Ja, Leute. Schaut euch mal das hier an. iCrimax Customs. Ich habe natürlich noch ein bisschen Rücklagen gehabt, Leute. Was ich natürlich hier von der Empfindung die Leute nicht habe wissen lassen. Aber mit den Rücklagen habe ich mir hier schon ein neues Autohaus aufgebaut. Und zwar iCrimax Customs, Leute. Unsere eigene Tuning-Werkstatt. Unser eigenes Autohaus, Freunde. Ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt hier erstmal. Seid mal bitte ehrlich. Leute, von 1 bis 10. Jetzt mal bitte in die Kommentare reinschreiben. Wie krass findet ihr das? Guck mal hier, überall mit Flatscreen eingebaut. PlayStation 5, hier iCrimax Customs Logos. Überall hier angebracht, Freunde. Das ist mit, ich glaube, das ist die schönste Tuning-Werkstatt, die ich bis jetzt hier wirklich in GTA gesehen habe, Freunde. Guck mal, hier können unsere Gäste chillen. Können hier Billiard spielen. Können sich hier bedienen. Natürlich hier Paul Berger Limo im Kühlschrank stehen, Freunde. Natürlich hier für unsere Gäste gratis. Können die sich hier immer nehmen. Übels wild, Freunde. Ja, guck mal, hier hinten ist dann noch unser Chefbüro. Ja, hier können wir unsere Finanzen planen. Hier können wir runterschauen. Also über krass, Freunde. Hier können wir uns wieder aufbauen. Hier können wir Geld verdienen. Weil ihr alle wisst es, Leute. In der Tuning-Branche kann man auf jeden Fall sehr gutes Geld verdienen. Da sind wir auch nicht so krass angewiesen auf so Aufträge von so Messi oder Ronaldo und sowas. Weil Autos will natürlich jeder fahren, Leute. So, dann hier unten müssten wahrscheinlich noch die Toiletten sein. Gucken wir mal rein. Ach, die Umkleide für unsere Mitarbeiter mal. Genau so. Komm, wir gucken uns hier mal noch ein bisschen um. So, genau hier nochmal Toiletten. Alles übelst gepflegt. Richtig schön clean hier. Und hier oben, Leute, haben wir natürlich noch weitere Tuning-Spots. Also wir können hier, glaube ich, bis zu 20 Autos gleichzeitig tunen und beherbergen. Wir sind hier mitten in der Stadt. Also wirklich top Location. Hier kann jeder immer einfach zu uns kommen. Ein riesen Parkplatz da noch davor. Also, Leute, das ist wirklich die schönste Tuning-Werkstatt, die wir bis jetzt wirklich hatten. iCry-Mix Customs ist zurück. Leute, ihr könnt jetzt ganz einfach auch euer eigenes iCry-Mix Customs bauen. Und zwar, Leute, mit dem neuen iCry-Mix Adventskalender. Also ganz ehrlich, Leute, das ist wirklich der beste Adventskalender, den wir bis jetzt hatten. Warum es der beste ist? Jetzt gut aufgepasst. Erstmal sieht der Adventskalender natürlich wieder super cool aus. Ihr seht hier auch den kompletten iCry-Mix Customs Schriftzug. Dann gibt es natürlich zu jeder Bestellung eine handsignierte Autogrammkarte. Insgesamt gibt es drei Extra-Videos. Also, da sind drei QR-Codes drin mit Extra-Videos. Nur für die Leute mit dem Adventskalender. Und so, meine Freunde, sieht der Inhalt aus. Ihr habt da so eine komplette Spieleplatte mit dazu, mit diesem Parkplatz. Hier das iCry-Mix Customs Tuning-Gebäude, das man Stück für Stück aufbauen kann. Und wenn ihr nämlich den Adventskalender letztes Jahr schon hattet, könnt ihr das direkt mit dem LKW beliefern aus dem letzten Jahr. Also nochmal zusammengefasst. Ihr habt einen kompletten Bausatz für die iCry-Mix Customs Tuning-Werkstatt. Diese komplette Spieleplatte mit dem Parkplatz drauf. Eine handsignierte Autogrammkarte. Und insgesamt drei Extra-Videos. Also so krass war der Adventskalender wirklich noch nie. Das Ganze ist natürlich auch wieder limitiert. Also wenn die ausverkauft sind, können wir vor dem 1. Dezember natürlich keine mehr nachproduzieren. Also wenn ihr auch dieses Jahr wieder den iCry-Mix Adventskalender haben wollt, dann könnt ihr den ab sofort in der Videobeschreibung bestellen. Let's go! So, und ich würde sagen, Leute, jetzt wo ihr auch euer eigenes iCry-Mix Customs aufbauen könnt, müssen wir natürlich jetzt auch mal anfangen, Geld zu verdienen. Das Problem ist nur, dass mein ganzes Geld ist hier in dieses Autohaus reingeflossen. Also ich habe jetzt kein Geld mehr, um mir irgendwie Lambos oder sowas zu holen. Wir haben gerade mal nur noch 100.000 Dollar auf Lager. Und deswegen müssen wir wirklich ganz unten und klein anfangen. Und zwar mit alten Schrottautos. Deswegen, Leute, ich würde sagen, ich werde jetzt mal zum Schrottplatz laufen. Ich will jetzt hier nicht mal Taxi fahren. Ich will kein Geld verschwenden. Wir haben nur noch 100.000 Dollar auf Lager. Wir werden zum Schrottplatz fahren, gucken, ob wir da vielleicht das ein oder andere günstige Auto mitnehmen können. Und dann müssen wir unbedingt wieder zu Geld kommen, Leute. Let's go! Oh, okay, Leute, wir sind jetzt hier am Schrottplatz angekommen. Aber hier müssen wir aufpassen, weil das ist hier von so einer armenischen Gang bewacht, Leute. Mit denen ist auf jeden Fall hier nicht gut Kirschen essen, ja? Da müssen wir aufpassen. Die dürfen uns hier nicht abzocken und so. Äh, moin, Leute! Moin, Jungs! Soll ich den kaputt machen, Chef? Äh, ich bin hier, um Autos zu kaufen. Ihr seid doch Autohändler. Äh, aha. Dann kommen wir mit. Wir haben gerade früh was reinbekommen. Ja, beste Qualität, was du bekommst. Oh, Leute, ich habe auch keine Waffen dabei. Wir müssen aufpassen. Oh, das ist bewaffnet sogar. Oh, mein Gott. Ähm, ja, schön, dass sie neue Autos reinbekommen haben. Ja, oh, mein Gott. Warum bedroht uns der Typ hinten mit einer Waffe? Mit denen, da müssen wir echt aufpassen, Leute. Ähm, oh, okay. Ich sehe schon. Das sind hier, ja, ein bisschen älter die Autos, ne? Was sind das hier? Ein Mazda MX-7. Und das andere, was ist das hier? Kann ich gar nicht genau erkennen. Irgendein Nissan oder sowas, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Aha, okay. Es ist ein bisschen, bisschen, bisschen Nissan, ganz genau. One of one. Okay, one of one. Das glaube ich jetzt nicht, dass der one of one ist. Das sieht eher ein bisschen nach einem Schrotthaufen aus. Da fehlt ja die Frontstuhlstange und die Motorhaube. Das ist extra so gemacht. Aerodynamik, Aerodynamik. Ah, okay. Aerodynamik, Leute. So. An die zwei kann ich verkaufen. So, was will. Sind Sie interessiert? Ja, ich sage es mal so. Ich habe ein neues Autohaus aufgemacht. Ich brauche Ware. Natürlich bin ich interessiert, ja? Natürlich. Kein Problem. Wissen Sie was? Ja. Sie kriegen die zwei Autos. Ja. Plus Transport. Plus Transport. Einen Transport oder wie meinst du? Ja, ich sage mal so. Wenn du das haben willst, wenn du LKW mitkommen willst mit Anhänger, 100.000. Alle drei zusammen 100.000? 100.000 plus ein, zwei gefallen. Du hast ein Autohaus. Ein, zwei gefallen. Äh, was meinst du denn mit ein, zwei gefallen? Du kannst eigentlich dich mal anrufen und sagen, hey, pass auf, ich brauche das und das. Kannst du mir helfen? Und du sagst, ja, ich kann versuchen, dir zu helfen. Was wird das Ganze denn ohne die gefallen kosten? Also die zwei Autos und die Anhänger. Ja, die zwei Autos, 200.000 Anhänger, 400.000 zusammen. Oh Gott, Leute. So viel habe ich nicht. Ich habe nur noch 100.000. Wie du möchtest. Ja, ähm, nee, nee. Wir können das ruhig mit dem gefallen machen. Ja, dann hast du was gut bei mir. Perfekt. Machen wir 100.000 und du hast was gut. Ja, ja. Ja, gut, gut, gut. Dann gib mir das Geld. Okay, Leute, so, das ist jetzt hier mein letztes Geld. Hier so 100.000. Oh mein Gott, wir sind jetzt wirklich auf Null, Freunde. Oh, okay, okay. Geld, das stimmt. Geld stimmt. Ja, gut, dann kannst du alles wieder mit. Dann vieles. Okay, danke. Alter, Leute, wir haben an sich einen übelst guten Schnapper jetzt gemacht. Wir haben wieder einen Anhänger, beziehungsweise einen Transporter. Der wurde uns ja gefändet aktuell. Das ist ziemlich wichtig, weil für ein Autos braucht man ja auf jeden Fall auch einen Transporter. Und wir haben direkt schon mal Autos, mit denen wir, glaube ich, ganz gut arbeiten können. Ich wollte das jetzt vor den anderen nicht sagen. Die Autos sind natürlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber ich glaube, da kann man was Krasses rausholen. Weil wenn ich mir das hier mal so anschaue, Leute, das ist hier wirklich so ein, nein, ein RX-7. Das ist gar kein MX-7, sondern das ist ein Mazda RX-7. Ich glaube, den können wir gut tunen. Und hier bin ich mir gerade tatsächlich gar nicht so sicher. Weil da ist hier ein Logo und so weggefräst und so. Hey, du, wie war dein Name nochmal von der Werkstatt? Äh, äh, iCrimix Customs. Okay, da, iCrimix Customs. Aber ich glaube, da können wir was Gutes rausholen, Leute, ja. Ich sage ehrlich, das Auto macht nicht hier den Wert aus, sondern unser Tuning. Wir werden das auf jeden Fall krass auftunen. Und dann werden wir damit Gewinn machen. Ja, so, zack, wir fahren jetzt hier mal die Ramp runter, laden beide Autos auf und bringen die dann mal in unsere neue Tuning-Werkstatt. Und dann müssen wir aber mal richtig zaubern, Leute, ja. Also ich hoffe, dass wir die Wagen gut aufgetunt kriegen und dann natürlich hoffentlich da auch gutes Geld dafür bekommen. So, zack, einmal das Ding hier draufgeladen. So, dann geht's weiter. So, und das zweite Auto fahren wir auch drauf, Leute. So, oh, da könnten sogar drei draufpassen, wenn wir die schön eng zusammenparken. Perfekt, Leute. Dann einmal wieder die Rampe einfahren. Und dann würde ich sagen, Leute, wir machen uns jetzt mal auf den Weg zum iCrimix Customs Autohaus. Oh, Leute, let's go. Wir sind angekommen. Ey, das ist auch so nice, wie viel Platz wir hier einfach haben auf dem riesen Parkplatz, Leute. Übelst nice. Das ist natürlich auch wichtig hier bei so einem großen Parkplatz. Man braucht ja auch irgendwo Platz, um die Autos alle unterzustellen, Leute. So, das ist ja wie hier bei meinem Adventskalender, Leute. Da ist ja direkt auch diese Platte dabei mit dem Parkplatz. So, und zack. Dann würde ich sagen, wir steigen da mal ein, fahren die Autos runter. Und ich hoffe, wir können hier was Gutes rausholen. Ey, guck mal, Leute, was der Typ, glaube ich, auch nicht gerade gewusst hat bei der Mafia. Hier, ich sehe da nämlich schon den Turbolader da vorne und so. Also, ich glaube, das Ding, da können wir ordentlich was rausholen. Das Teil hat gar keinen Sound. Aber wenn wir hier noch ein bisschen Auspuffanlage und sowas machen, ja. Ich habe ja hier noch ein paar Ersatzteile auf Lager. Ich werde jetzt natürlich nur mit den Teilen arbeiten können, die ich jetzt hier auf Lager habe. Weil ich habe kein Geld mehr, um neue Sachen zu kaufen. Aber, Leute, ihr seht, unser Ersatzteillager ist gefüllt. Das Felgenlager ist auch voll. Ich glaube, da kriegen wir was Gutes bei rum, Leute. So, und dann fahren wir hier noch einmal schön den Mazda RX-7 runter. Zack, Freunde. Ja, die sind jetzt natürlich auch nicht super schön getunt hier mit dem Dunkelgrün und so. Ich glaube, das kriegt man auf jeden Fall noch besser hin. Den fahren wir mal auf den Tuning-Spot drauf. Und jetzt würde ich sagen, Leute, werden wir die Dinger erst mal richtig krass auftunen. Wo sollen wir anfangen? Wisst ihr was? Wir fangen mal hier mit dem Nissan, glaube ich, was das hier ist, an. Und hier habe ich mir schon was Besonderes überlegt. Ich habe da noch ein paar Teile im Ersatzteillager. Wir werden da eine komplette Carbon-Motorhaube draufsetzen, ja. Passt mal auf, Leute. Ich werde da jetzt mal ein bisschen dran rumwerken und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, Leute, guckt mal, wir machen jetzt hier mal noch schön alle Teile fest. Zack, zack, zack. Und jetzt schaut euch das hier mal bitte an, Leute. Die Ersatzteile haben zum Glück gepasst. Wir hatten noch eine Carbon-Motorhaube. Neue Kotflügel, Frontstoßstange, Heckstoßstange. Einen fetten Spoiler habe ich hier hinten noch draufgesetzt. Und jetzt sieht der Wagen doch schon mal viel besser aus, Leute. Oh, guckt euch das hier mal an. Übrigens, hört mal hin. Oh, Auspuffanlage haben wir auch eine neue eingebaut. Also der Wagen, oh mein Gott, ey, der geht ja richtig ab. Der hat jetzt auch direkt nochmal neue Leistung, mehr Leistung bekommen. Wow. Oh mein Gott, da kommt Feuer hier an der Seite rausgeschossen. Habt ihr das gesehen? Wow. Alter, der Wagen ist ja überkrass, Freunde. Der ist richtig heftig. Ich sage euch ehrlich, der ist vielleicht schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber wenn wir jetzt hier noch ein Optik-Tuning machen, dann ist das auf jeden Fall eine heftige Rennmaschine. Also ich sage euch ehrlich, ich glaube, damit können wir vielleicht gutes Geld verdienen. Ich meine, wir haben ja immerhin nur 100.000 für alle drei Sachen gezahlt. Wenn wir den für 100.000 verkaufen, hätten wir allein schon unser Geld wieder raus. Also das wäre richtig, richtig gut. So, zack. Und jetzt werden wir den mal noch gemeinsam tunen. Ihr könnt ja mal überlegen, was denkt ihr wäre eine gute Farbe für den? Wir können ja mal kurz schauen. Aber ich sage euch ehrlich, so ein Orange würde ich irgendwie auch sehen. Ich glaube, in Orange knallt der ab. Okay, Leute. Und wir sind im Tuning-Menü. Dann lasst uns doch mal schauen, was wir hier so Schönes machen können. Auf jeden Fall, oh, so in Weiß sieht der natürlich auch krass aus, ne? Sollen wir den so All-White machen mit weißen Felgen? Das sage ich ehrlich, stelle ich mir auch krass vor. Guck mal hier. Oh, Reifen. Oh, Leute. Guck mal, die Reifenfarbe können wir auch verändern. Alter, so weiß mit roten Akzenten. Oh, okay, Leute. Ich sage euch ehrlich, so werden wir den machen. Ich weiß, wie wir den machen. So komplett All-White mit roten Akzenten. Ey, der Wagen sieht krass aus. Der Wagen sieht krass aus. 100 Pro machen wir den so. So, jetzt Sekundärfarbe schauen wir auch nochmal. Also, wenn wir den nicht gut verkauft kriegen, dann weiß ich ja auch nicht. Hier, Sekundärfarbe machen wir rot. Oh, guck mal hier die Bremssettel. Wie schön die hier leuchten. Perfekt, Freunde. Interieurfarbe können wir ja auch noch beim Interieur was ändern. Oh, das wäre ja auch ganz krass hier. Was ändert sich denn da? Aber ich sehe da irgendwie nichts. Ich glaube, ehrlich, der Wagen sieht schon ganz gut aus. Jetzt natürlich noch hier Neonlichter. So, Neonlichter hauen wir natürlich noch rein hier. Zack, zack, zack. Und die Neonlichter machen wir dann in rot, Freunde. Ja, dann ist das hier komplett weiß mit roten Akzenten. Und ihr könnt sagen, was ihr wollt. Aber, boah, ich finde, der sieht schon richtig böse aus. Der sieht ja schon richtig böse aus. Guck mal, boah, jetzt lassen wir hier noch schön die Lichter rausfahren. Lichter können rein und raus gefahren werden. Wir müssen ja eigentlich gleich mal noch einen Performance-Check mit der Kiste machen. Aber ich finde, der lässt sich schon sehr, sehr gut fahren. Hier bei iCramix Customs achten wir natürlich auch drauf, dass die Autos alle eine gute Performance haben, dass der nicht zu viel rumdriftet. Wir müssen eigentlich mal noch eine Teststrecke irgendwann uns holen. Oh mein Gott. Oh, wie schnell der rausbeschleunigt. Wie schnell der rausbeschleunigt. Also, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Aber ich finde, wir haben den richtig, richtig gut getunt. Wir haben den richtig, richtig gut getunt. Okay, wir fahren jetzt mal wieder zurück zur Tuning-Werkstatt. Und prinzipiell könnten wir jetzt schon ein Auto verkaufen und Geld verdienen, ja? Also, das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, zack. Dann fahren wir hier mal schön drauf nochmal. Also, der Wagen ist jetzt schon mal zum Verkauf gelistet. Das Problem ist nur, wir haben noch keine Kunden aktuell. Wir müssen also irgendwie unbedingt Werbung machen, damit hier auch mal Leute in unser Autohaus reinkommen. Oha, Leute. Warte mal, da kommt gerade jemand reingefahren. Wer ist das denn? Hallo? Oh, Baulberger! Ey, Armir, was machst du denn hier? Was geht? Ja, ich habe mitbekommen eine neue Autowerkstatt aufgebaut. Sollten abchecken, wer aufgemacht hat. Boah, spricht sich das schon rum, oder was? Ja, ich habe doch meine Leute. Ich bin doch selber in der Branche drin. Alter. Stimmt. Aber machst du deine Tuning-Werkstatt noch? Ja, die läuft halt so nebenbei. Ich habe Angestellte dafür und so. Guck mal, was ich Neues bekommen habe hier. Oh, einen schönen Porsche. Du bist ja schon immer so ein Porsche-Fan, ne? Ein GT4, Digga. Alter, Porsche GT4, ja. Eigentlich wollte ich ihn tun, aber wenn iCrybox-Kaste wieder da ist, lasse ich dich hier gerne mal tunen. Alter, Ehrenmann, Leute. Armir, lässt uns hier was tunen. Das ist unser erster offizieller Kundenauftrag. Ja, stell den einfach irgendwo hin. Genau, passt. Ey, das ist ja richtig gut. Du, Armir, was ist dein Budget für das Tuning? Soll ich einmal voll machen? Mach einmal voll, extra, komm. Okay, okay. Also wir hier bei iCrybox Customs haben uns auch auf Carbon-Ausstattung und sowas spezialisiert. Also wenn du sagst, ich kann mich austoben, dann gebe ich dir das. Okay. Das ist jetzt gut, sehr gut. Time to shine für dich. Übrigens, ich habe hier noch was Kleines für dich. Leute, ich zeige dir mal noch unser anderes Auto. Vielleicht verkaufen wir das dann noch. Ey, du bist ja jetzt eh gerade hier, hast kein Auto. Ich würde dir mal ein Auto zur Probefahrt mitgeben. Und wer weiß, vielleicht gefällt dir der Wagen, ja? Und zwar, ich habe hier gerade was getunt. Guck dir mal das hier an, ja? Das ist hier so ein Nissan oder sowas. Keine Ahnung, ich bin mir gar nicht genau sicher, was das hier ist. Habe ich vom Schrottplatz gefunden und komplett neu aufbereitet. Ich sage dir ehrlich, probier mal, probier mal. Probier das Ding mal, vielleicht gefällt es dir. Ich fange an mit dem Auto aus und gehe erst vom Schrottplatz. Ich kenne das. Ja, ich habe halt kein Geld, aber ich habe wirklich fett Carbon-Teile und sowas dran. Wenn er dir gefällt, sagst du Bescheid, ja? Ja, ich sage dir Bescheid. Bis gleich, tschüss. Bis gleich. Okay, Leute. So, weiter geht's. Wir gucken mal. Amir hat uns jetzt hier seinen Porsche gebracht. Das ist ja schon mal ganz gut. Bin mir nur nicht so ganz sicher, Leute. Was das hier überhaupt für ein Auto ist, der weiße. Ist das auch ein Mazda MX-7? Weil der sieht irgendwie ein bisschen ähnlich wie der aus. Vielleicht ein älteres, äh, älteres. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr es. Schreibt es mal in die Kommentare. Aber wir widmen uns jetzt erstmal dem Porsche von Amir. Der sieht ja schon richtig gut aus, Leute. Und das ist jetzt natürlich schon was ganz Besonderes, dass Amir uns hier an seinen Porsche ran lässt. Obwohl wir hier noch ganz neu sind mit unserer Tuning-Werkstatt. Das ist ein Porsche GT4. Also hier dürfen wir jetzt auf jeden Fall keine Faxen machen, Leute. Aber ich habe mir schon was Besonderes überlegt. Der Wagen sieht an sich nämlich noch ein bisschen langweilig aus. Und wir haben uns ja hier, wie gesagt, auf krasse Bodykit-Tunings spezialisiert. Und ich habe natürlich auch wieder das richtige Kit auf Lager. Wir werden da jetzt nämlich erstmal wieder schön ein paar Carbon-Teile dran schrauben. Und dann sehen wir uns gleich wieder für das Feintuning, Leute. Let's go. Oh mein Gott, Leute. Schaut euch das hier mal an. Wir haben hier komplett überall Carbon-Teile dran geschraubt. Also der Wagen, der sieht ja jetzt allein schon mal viel, viel krasser aus, Leute. Ja, Carbon-Motorhaube, ein neues Paar Felgen, schwarze Felgen drauf. Hier Carbon-Front-Spoiler. Hier ein Carbon-Hack-Spoiler, Leute. Das ist also, der sieht ja jetzt schon mal viel, viel krasser aus. Oder was meint ihr? Natürlich auch noch hier in Amirs Lieblingsfarbe gelassen. Wir können ja jetzt den schon mal hier ein Stück rausfahren. Einmal kurz anschauen, die Kiste, Leute. So, zack. Oh, also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Aber ich finde, der sieht sehr, sehr gut aus. Einzige Sache, die jetzt natürlich noch gemacht werden muss, ist das Performance-Tuning, Leute. Wir können ja mal ganz kurz schauen. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde der Sound, der Sound ist noch ein bisschen... Ja, geht noch nicht so ab, ne? Hört man eigentlich kaum die Kiste. Also noch nicht so einen guten Sound von der Beschleunigung her. Geht, finde ich, auch noch ein bisschen was. Die Kistebremsen sind jetzt auch noch nicht so... Also ich glaube, da können wir noch ein bisschen was rausholen. Der Wagen sieht jetzt schon mal besser aus. Aber da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. So, und der driftet mir hier auch noch ein bisschen zu viel rum. Das können wir noch besser machen. Bei iCryMix Customs steht natürlich die Performance an erster Stelle. So, zack. Da fahren wir einmal noch mal ganz kurz hier drauf. So. Und wir gehen wieder ins Tuning-Menü rein. Okay, jetzt müssen wir natürlich hier mal schauen, was können wir denn hier noch machen. Also, erstmal würde ich sagen, wir brauchen auf jeden Fall mal einen vernünftigen Motorsound. So, wir haben jetzt hier schon mal eine Abgasanlage eingebaut. Dann muss ich ehrlich sagen, die Sekundärfarbe mit den roten Bremssetteln. Rot und Orange, finde ich, beißt sich ein bisschen. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen was anders machen. Am liebsten wären wir da auch eine Orange, Freunde. Kann man das verändern? Ja, oh mein Gott, nice. Perfekt, Leute. Guckt euch das hier mal an. Jetzt haben wir hier auch Orange. Alter, ey, der Wagen ist jetzt komplett schwarz-orange. Das sieht so heftig aus, die Kombination. Oh mein Gott. Dann hier natürlich für Armin nur das Beste für unsere Freunde. Zack, der bekommt hier noch Untergrundbeleuchtung rein. Natürlich auch in Orange dann. Oh, der Wagen ist so perfektioniert. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir mal schauen. Der ist nämlich gerade bei 285 abgeregelt. Ist natürlich jetzt keine krasse Geschwindigkeit. Das setzen wir mal auf 500 hoch. Und dann machen wir noch hier schön Multiplikator mal 3. Und ich glaube, dann wird der sich hier schon ganz gut fahren lassen. Okay, dann machen wir mal einen Check, Leute. So, einmal rein, Soundcheck. Wie hört er sich an? Oh, das hört sich ja schon mal besser an. Hey, Alter. Also, ich würde jetzt hier gerne mal einen Vorher-Nachher-Vergleich sehen, wie der Wagen am Anfang aussah und wie der jetzt aussieht. Alter, der ist hier ganz heftig. Oh mein Gott, Leute. Boah, den haben wir eigentlich schon fast ein bisschen... Der driftet schon fast ein bisschen zu viel rum. Müssen wir mal schauen. Ja, da ist... Ich glaube, wir haben schon fast ein bisschen zu viel Leistung. Weil der rutscht jetzt natürlich auch ein bisschen... Bricht der hier aus, ne? Der kommt sehr schnell in den Drift rein. Ich glaube, wir haben zu viel Leistung gemacht. Das können wir so nicht abliefern. Ja, guckt euch das an. Der bricht hier leider ein bisschen aus. So können wir das hier nicht an unsere Premium-Kunden abliefern. So, da schrauben wir nochmal ein bisschen die Leistung runter. Und dann rufen wir Armin an, dass er vorbeikommen kann. So, Leute. Wisst ihr was? Wir werden den Wagen mal hier oben abstellen. Damit das nämlich eine Überraschung wird, wenn wir Armin gleich anrufen und der vorbeikommt. So, zack. Okay, und wir rufen den einmal an. Yo, Armin, was geht? Yo, was geht? Ey, dein Wagen ist fertig. Ich kann es vorbeikommen. Ich bin gerade in der Nähe. Ich komme mal. Okay, bis gleich. Tschö. Bis gleich. Okay, Leute. Armin ist gleich da. Wir müssen jetzt nur nochmal ganz schnell hier ein bisschen die Performance runterschrauben, weil das war eine Nummer zu viel. Oh, Leute. Oh, Armin ist da. Perfekt. Aber wir haben auch alles schon getunt. Ey, Armin, du kannst dich mal unten da hinstellen und warten. Ich komme runtergefahren mit deinem Auto. Ich bin gespannt auf deine Reaktion. Oh, Leute. Ich hoffe, der Wagen wird ihm gefallen. Aber ich sage euch ehrlich, also, er sieht ja viel krasser als davor aus. Okay, dann fahren wir den mal runter. Mal gucken, ob unser erster Kunde zufrieden ist. Und da ist er. Armin, hier ist dein neues Auto. Boah, wie geil, Digga. Hä? Sei mal ehrlich, ne? Sieht krass aus. Oh mein Gott. So, einmal komplettes Carbon-Ausstattung hast du hier bekommen, ja? Neue Felden. Ich muss mal langsam drauf. Bremssettel. Ja, ja, der ist auf jeden Fall der Fetz. Der ist bei 500 kmh erst abgeriegelt, ja? Das ist auf jeden Fall ein ganz gefährliches Ding. Da musst du aufpassen. Komplett Leichtbau, Carbon, alles gemacht. Auspuffanlage, voll alles. Komplettes Einfremd. Max, aber eine Frage habe ich noch. Ja. Ey, verkaufst du das Auto auch, Digga? Das hat voll Spaß gemacht. Ja. Das ist so ein Rallye-Drifter. Das freut mich. Ja, der S10 haben wir auch gut getunt. Was kostet der? Also ich sag ehrlich, Bro, weil du es bist 100. Okay, und dann das Tuning? Das Tuning machen wir auch, weil du es bist. Freundschaftspreis nochmal 100. Sagen wir 200 für beide. Okay, dann hier. Hast du 200.000. Boah, Leute. Boah, Armin, Alter. War mir eine Freude, mit dir geschäftig zu machen. Ich lasse dich später abholen, ja? Okay, perfekt. Tschüss. Let's go. Alter, Leute, wir haben unser erstes Geld gemacht. Seht ihr das? Das ist ja voll krass. Boah, ich werde das jetzt mal schnell oben ins Büro bringen. Direkt da verstauen, damit uns das nicht geklaut wird. Und dann, Leute, müssen wir mal schauen, weil wir haben immer noch ein weiteres Auto auf Lager. Vielleicht können wir das jetzt mal noch schnell tunen. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir das heute sogar auch noch verkauft. Das wäre eigentlich richtig gut. Dann hätten wir heute mal direkt fettes Geld gemacht. So, wir verstauen das jetzt hier mal direkt, Leute. So, und zack. Das heißt, unser aktueller Kontostand beträgt 200.000 Dollar, Freunde. Und wir haben immerhin schon einen Transporter. Damit können wir arbeiten. Wenn wir jetzt das andere Auto noch loskriegen, hätten wir 300.000. Und dann könnten wir in der nächsten Folge sogar schon Lambo oder sowas kaufen. Wisst ihr was? Ich werde den jetzt hier auch mal noch schnell auftunen. Und wer weiß, vielleicht finden wir noch einen Kunden. Also, Leute, ich muss sagen, der Wagen lässt sich auch sehr gut tunen. Hier können wir noch so eine Beschriftung drauf machen. Sieht auch richtig cool aus. Also, ich würde sagen, den Wagen haben wir ganz gut aufgetunet. Wir machen mal einen kleinen Check hier. Boah. Alter, wie schön sieht der bitte aus. Wie krass sieht der Wagen bitte aus. Da wartet ja ein Kunde auf dem Parkplatz. Äh, moin. Ja, guten Tag. Ist hier iCrymex Custom? Das hier ist iCrymex Custom, ja. Ja, ich habe da was gelesen. Neue Eröffnung. Ich wollte mal gucken, ne? Ja. Ob sie vielleicht ein Fahrzeug hätten. Ich habe mich noch nicht getraut. Also, tatsächlich sind wir gerade fast restlos ausverkauft. Ich habe hier nur noch das letzte Auto. Da können Sie mal einsteigen, wenn Sie wollen. Da wollte ich nämlich gerade eine Probefahrt machen. Oh, was ist denn das? Ist das ein Mazda? Das ist ein Mazda RX-7, aber auf 1000 kmh getunt. Also, der kann 1000 kmh schnell fahren. Oh, Leute. Alter, das Ding. Also, ich bin gerade wirklich ein bisschen selbst erschrocken, wie schnell der ist. Oh, was ist denn die Tuningkiste? Wissen Sie was? Gefällt der Ihnen? Ja, ist super, ne? Meine Frau mag die Farbe auch, klar. Aha. Okay, passen Sie mal auf. Wir fahren jetzt mal auf die Teststrecke und wenn das Ding 1000 kmh fährt, dann kaufen Sie den. Ja, was kostet denn der? 100.000. Ja, ja, klar. Wenn er 1000 schaut, dann fahr ich den Kaufchen. Wenn das dann nicht. Okay, Leute. Das heißt, wir fahren jetzt mal auf die Teststrecke und wenn wir 1000 kmh schaffen, dann wird hier der Kunde das Auto kaufen. Let's go. So, der Herr. Sind Sie bereit? Ja, ich habe mich angeschnallt. Okay. Ich kann das. Ja, volle Wumme haben. Oh, mein Gott, Leute. Jetzt müssen wir das Ding voll durchdrücken. Wir haben den auf jeden Fall richtig krass getunt. Und drei, zwei, eins. Let's go. Los geht's. Oh, mein Gott. 400, 500, 700, 800, 900. Oh, mein Gott. Alter. Wir waren irgendwie bei 990 oder so und dann hat hier aber die Strecke aufgehört. Was ist denn das? Es war jetzt nicht genau 1000, aber ich glaube, wir hätten die Strecke ein bisschen länger gewesen. Oh, oh, oh. Der ist schon überzeugt. Ich nehme den. Oh, oh, okay. Das freut mich. Ja, müssen Sie aber langsam machen. Ja, nicht zu sehr doll draufdrücken. Warten Sie. Hier ist mal mein Kredit. So, überweisen. Dankeschön, 100.000. Pay, so. Oh, mein Gott. Vielen Dank, ja. Ciao. Auf Wiedersehen. Alter. Leute, ihr seht, unser aktueller Kontostand beträgt 300.000 Dollar. Das heißt, in der nächsten Folge können wir uns vielleicht schon ein Lambo oder sowas holen und krass auftunen. Leute, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr Bock habt auf iCrimX Customs, Leute. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. I am CrimX. Das heißt, lieber auf die 친구-Apple. Bis zum nächsten Mal.